Moin moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Insurgency und wir suchen uns hier gleich mal ein ganz schönes Serverchen aus. Mal gucken hier. Elimination. Auf welcher Map habe ich jetzt gar nicht Siege oder was war das? Ich weiß es gar nicht. Ich habe nicht richtig geguckt. Auf Tell. Squad Elimination. Kenne ich ja gar nicht. Jo. Maps A. Und da steht diese Map gar nicht dabei. Auch nicht schlecht. District, Ministry, Market, Contact, Siege und Heiß. Aber ja, ist egal. Best Server Description ever und dann eine andere Map. Ja, Bomber, 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 Bomber. Totz. So, das geht sicher jetzt los, wenn alle tot sind. Alter, der hat aber Schiss. Alter, da ist einer. Schieß. Ja. Ja, fertig. Schieß, der hat schon verloren. Hallo, akbar. BTF, lol. M1-1. 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 Guck, ob ich da mit was auf reihe krieg. Allahu akbar. I'm going ye. Ach ja. Da hat einer schon Spaß. Das ist geil. Das ist aber eigentlich ganz normales Elimination. Ah, das war dumm. Ach, von da können die auch kommen. Das ist aber schön zu wissen. Ich glaube, bloß die Waffe da, werde ich nichts mehr hinkriegen. So. Oh, shit, alter. Oh, shit, alter. Alter, war einer. Denkbar ungünstig jetzt, ne? Schon gar nicht. Was macht der da? Alter. Alter. Nicht, äh, schlecht. Ganz nächstes Mal gehe ich auf die andere Seite, nicht da lang. Okay. Wir müssen die Bomben spotten. Ich bin sicher, dass du explosivst hast. Hey, get slow, bro. Der läuft mir nicht auf die Seite, wie du sie geht. Ja, nur. Nichts, also habe ich aber einen erwischt Hat man, hat man denn keine Klasse, die Hier, Squadübersicht Striker Ein Sank-Renade brauche ich So, dann dazu Dann AK-47 mit Pio-Mulizier und Cobra-Visier Und mal eine Granate reinwerfen Ist die da Unser Team kriegt aber auch hart aufs Malen, muss ich mal sagen Neu Ja, hier achtet er sich einfach mal selber in die Luft Da wird er rausgekickt Auch nicht schlecht Ach, das war's schon Guck, guck, guck Verticality Oder so So, Striker nochmal Okay Okay Changing magazine Security forces are trying to destroy one of our weapon caches Defense both of them Äh Äh If they destroy one, we're done So Warte, die Möpfe mag ich mir Ja Die Möpfe mag ich mir Scheiße Teil verworfen Scheiße, dann ist da auch noch einer Ja Ja, egal Schon froh, dass ich da nicht sofort gestorben bin Oh shit, man Da hab ich taktisch gespielt In vielen Essen Ja Ja Mein ich das Oder war das gerade ein Gegner Ich glaube, wo man da auch überall hin kann, ne Ja Ja Ja, wenn da dann einer in einer Ecke gestanden Ja Dann wäre sowieso topo gewesen Gebt wahrscheinlich nur noch einer und alle suchen wir Ja Nichts Dang Nichts Ja 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 Ne, man sieht das anscheinend von, wenn man zuguckt, nicht, äh, wer verbündet ist, genau. Jo, steig in den Panzer ein, mach alles klar. Okay, dann wieder gekickt. Okay. So, vielleicht ein paar mehr jetzt abballern. Mehr abballern, Mama. So, da haben wir einen geholt. Okay, hier sind auch alle weg. Das war hoffentlich einer von den Gegnern. Ja, das war ein Gegner. Könnte besser laufen, könnte aber auch wesentlich schlechter laufen. Steht da irgendwie viel mehr, wie oft wir? Zwei. Natürlich nicht. Was? Scheiße. Ich habe ihn nicht mehr verholt. Ich habe ihn nicht mehr verholt. Oh, den hat auch gut weggeholt. Sieht ihr denn nicht? Oh Gott. Ich meine, bei mir eigentlich auch einen Schalldämpfer drauf drauf drauf. Na ja, auf AKs entscheiden nicht. Na ja, ich meine, bei mir schbieren muss. Ich habe ihn nicht mehr verholt. Ich habe ihn nicht mehr verholt. Und wenn ich einbetal, schbierne. Zeek! Oh, ich bin immer wieder weggegangen. So, war es das jetzt schon? Das war es schon und damit würde ich sagen, mal ein bisschen kürzere Folge, indem wir zwei mal welche mit relativer Überlänge haben. Dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal.